Also wir müssen uns hier die Frage stellen, ja wollen wir was jammen, was wir schon haben und was wir dann irgendwann im Studio aufnehmen und was wir jetzt arrangieren wollen und mal durchspielen wollen als Bans oder wollen wir dazu erst Texte schreiben, weil wir sonst eh nicht wissen, wie wir es musikalisch machen wollen und wollen wir einfach an was Neues jammen. Das ist ja die Frage. Hallo, ein neuer Tag im Proberaum. Wir haben jetzt gerade 14.23 Uhr, ungefähr seit einer Stunde hier. Wir sind heute nicht ganz zeitig hierher gefahren, weil es ging gestern dann doch schon ganz schön lange, weil wir haben gestern auch eine andere Nummer gebastelt. Jetzt sitzen wir gerade eine Nummer, die heißt Am Ende. Dann so ein bisschen davon, dass man manchmal hier im Proberaum schon am Ende sein kann. Oder Thomas? Was sagst du? Wie würdest du die Nummer interpretieren? Die Gedanken sind frei. Was? Die Gedanken sind frei. Wer kann sie erraten? Sie fliegen vorbei wie nächtliche Schatten. Ihr seht auch, am frühen Morgen um Nachmittag halb drei sind wir schon kreativ am Machen. Irgendjemand bohrt hier gerade in diesem Proberaum, was mir gerade ein bisschen nervt, aber das geht vorbei. Das meinte ich mit, es ging gestern Abend lange. Sehr schön. Das ist noch ein richtiger Mann. Nein, ich weiß nicht. So. Ich mach das ja nicht für mich. Dann für mich. Dann für den Stefan. Wir wagen heute ein Experiment. Bei Demos kann man das ja ruhig mal machen. Indem ich... Oh, ich seh... Oh, 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 oh. Das ist so gern, oder? Und zwar indem ich im Liegen singe. Thomas meint, das funktioniert gut. Das habt ihr auch noch nicht probiert, aber... Er hat es auch noch nicht probiert, aber er meint, wir können das ruhig mal versuchen. Ich bin auch dafür. Die ganzen großen Rockgrößen sagen hier so ja. Haben wir schon mal gemacht. Welche große Rockgröße sagt das? Thomas Stolle? Ja, na klar, das ist klar. Leg dich erstmal hin, erstmal zum Checken. Check. So. So einfach... Geht das? So, halbwegs mehr nicht. Warte mal, nee, das mache ich alles. Achso, okay. Stell mal hier die Kenne hin. Leg mich mal so hin. Schnell selbst, wenn man nicht kurz durch die hier... Schnell selbst, wenn man nicht kurz durch die hier... Schnell selbst, wenn man nicht kurz durch die hier... Wie viel denn? So? Ja. Ja. Willst du zaubern, was die gespäten lassen, oder wie? Ich will mir jetzt checken. So. Machen. No gaschen. Ok. Und jetzt geht's gerade vorne. Was müde ich jetzt nicht auf? Was müde ich jetzt nicht auf? Ja. Und und jetzt geht's wieder vorne. Was müde ich jetzt hin? So, wie fühlt es sich an? Schlaf ich eher ein hier. Es ist viel zu gemütlich. Na ja, sing einfach. Für mich schlafst du ja? Ja, schön, wozu in der Bierkiste alles gut sein kann. Laptop drauf, Text drin. Ich bin gespannt. Okay, ich geb dir mal einen Kopfhörercheck. Ja, check, check. Das war ich, mich übernommen und recht zu sehen.